Die News der Woche sind wieder da. Die 38. Woche mit diesen Themen Zwischenfall in London und Claire feiert sein einjähriges Bestehen. Am Wochenende feierte das Flair sein einjähriges Bestehen. Das ehemalige Einkaufszentrum und Fürth wurde aufwendig saniert mit vielen Einkaufen und anderen Fachbeschäften. Für die BesucherInnen, leider aus zeitlichen Gründen, konnten wir nicht vor Ort sein und berichten. Am Freitagabend gab er einen Zwischenfall am Tag von der Königin von Enlan. Ein 28-jähriger Mann wollte zum Tag in etwa aufgeben oder irgendwas machen, war keine Zweifel. Eine, zwei Sekunden später wurde er von der Polizei verhaftet. Und steht hier von einem Bericht, wo die Klärung geklärt wird und welche Strafe er bekommt. Und an der Klärung wird er bei dem öffentlichen Dienst belästigen im öffentlichen Dienst. Und zu aller guten Licht, ja, wie geht es eigentlich weiter? Die Nucht der Woche kommen wieder redemäßig bis Anfang Dezember. Dann werden die auf jeden Fall einen Monat nicht kommen, außer er ist wirklich so spontan, dann könnten die auch da kommen. Und sonst gibt er aktiv auch andere Videos, die aktuell dann in Zukunft kommen werden, auch im Kanal, Gaming-Kanal oder hier beim Vlogging-Kanal. Weil ich würde ein bisschen umbauen und dann ist das ja auch schon halb so gut wie sonst was fertig. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann einfach in einer Woche wieder. Und wenn mal nichts etwas kommen sollte, dann kann ich sein, ich habe das noch nicht hochgeladen oder bin mit dem Schnitt noch nicht fertig geworden. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Montag und schöne Woche. Tschüss.